Sie hören Arnon Grünberg, die andere Bibliothek, Gstaad, aus dem niederländischen Übersetzt von Rainer Kersten, gelesen von Kevin Kasper. Erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbau Verlage. Heidelberg Es gibt notwendige und weniger notwendige Sünden. Mein Leben bestand hauptsächlich aus ersteren, obwohl ich bei deren Auflistung auch die weniger notwendigen nicht vergessen möchte. Die aus Spaß an der Freude oder in der Tradition stehend noch eine zum Abgewöhnen. Eine Sünde wie ein Samstagabendspaziergang am Neckar, ein Spaziergang mit Hund, als ich die noch hatte. Und dann einen Schnaps, eine Zigarette, ein paar Scheiben Parmaschinken, ein kleines Glücksspiel, einen Riegel Toplerone. Und danach? Die Sünde, die alle anderen überflüssig macht. Weiße Schuhe, grobe Wolldecken, Badeschaum, die Berge, die Wispielenstraße, immer wieder die Wispielenstraße. Die Augen meines Kindes, eine letzte Liebkosung. Was schmeckt herrlicher als die letzte Sünde? Ich habe gelebt, um es mir abzugewöhnen. Was ich jetzt noch zu verlieren habe, will ich verlieren. Die letzten Reste eines Besitzes erinnern einen nur an all das, was man verloren hat. Ich bin in Heidelberg geboren und mein Name ist François Le Pelletier. Eine schöne Stadt Heidelberg, sagt man. Was für Frauen gilt, gilt genauso für Städte. Die anderen, die, in denen man nicht geboren ist, wo man nie gewohnt, in denen man nur ein paar Tage auf der Durchreise verlebt hat, sind immer viel schöner. Mein Herr Papa stammte aus der Bretagne. Ich habe ihn nie kennengelernt. Er starb drei Wochen vor meiner Geburt. Kein tragischer Unfall, keine Verzweiflungstat. Nein, eine schleichende Krankheit. Er war auch nicht mehr der Jüngste, sagten die Leute. Damit wollten sie andeuten, dass auch der Tod eine notwendige Sünde ist. Bloß für manche ist der Tod etwas notwendiger als für andere. Die Liebe hatte meinen Papa nach Heidelberg getrieben und dort hat sie ihn auch begraben. Bei passendem Wetter. Nieselregen, der in nassen Schnee überging. Genau einundzwanzig Tage später kam ich zur Welt. Meine Geburt betrachte ich als die Sünde, die alle anderen erst möglich machte. Oder lassen Sie es mich anders ausdrücken. Noch vor meiner Geburt hatte ich meine erste Sünde begangen. Natürlich eine notwendige. Zuerst kommt stets die Verirrung, dann das Nachdenken über diese Verirrung. Das Nachdenken hat meine Verirrung jedoch nicht korrigiert, wie es das doch eigentlich sollte. Vielmehr hat es den Reflex nur verstärkt. Jeder Fehltritt ist für mich ein Reflex. So wie man mit der Hand zurückzuckt, wenn man eine heiße Pfanne berührt, so überkommen mich meine Fehltritte. Was man im Volksmund die schiefe Bahn nennt, war für mich der einzig mögliche Weg. Während der Entbindung kam es zu Komplikationen. Ich war kerngesund, wenn auch etwas zu mager und hatte viel zu große Hände. Ansonsten war alles an mir, wie es sein sollte. Der Arzt konnte nichts anderes feststellen. Ein gesunder, junge, gnädige Frau. Meine liebe Mutter war bei der Entbindung nicht unversehrt geblieben. Ihr musste etwas entfernt werden. Eine Woche später sagte der Doktor, das war ihr erstes und letztes Kind, gnädige Frau. Mit meinen großen Händen hatte ich etwas in ihrem Bauch zerrissen. Man hat mich vom Gegenteil zu überzeugen versucht, dass es die Natur war, Veranlagung, Zufall, Schicksal, alles Worte für ein und dasselbe, das Unvermeidliche, mit dem man sich nun mal abfinden muss, weil jeder Widerstand lächerlich ist. Heroisch vielleicht in den Augen von Romantikern und heißblütigen Adoleszenten, doch jene, die wissen, dass Sterben eine genauso praktische Angelegenheit ist wie das Leben, können diesen Widerstand höchstens mitleidig belächeln. Dabei weiß ich genau, dass ich aus Wut, aus reiner Eifersucht den Uterus meiner Mutter zerrissen habe. Ich wollte nicht, dass außer mir noch andere jemals dort wohnten. Ich wollte die Gebärmutter für mich allein, ganz allein, nur für mich. Hier geht es nicht um Schuld oder Unschuld, vielmehr geht es um Zufall versus Berechnung. Zufall mag eine Entschuldigung sein, doch als Entschuldigung ist er mir zu dürftig. Außerdem, womit sollte ich mich entschuldigen können? Was für eine Beleidigung wäre das? Was für eine Lüge um der bloßen Konvention... ... ... ... ...